Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiter Part Let's Play Persona 5. Ich bin es heute im Swafix. Wir kämpfen hier, wenn ich mir nicht hätte, gegen Bethelwub, den König des Pods. Und hauen hier gleich mal alles auf ihn drauf und es stört ihn nicht. So, komm. Man muss doch immer keine Schwäche haben. Ja, keine Schwäche. Oh nein. Oh nein. Er kackt. Oh, Leute, man. Oh nein. Jetzt kriegt er noch einen anderen. So gut, er heilt sich. Leute, der erste Boss, man macht uns fertig, man. Okay, ähm, Agi, es muss seine Schwäche sein. Immer nett was. Können wir auch mit dem diskutieren? Aber ich glaube, das bringt nichts. Leute, ähm, talk. Nein, lass mir ein Power. Das ist dumm. Was ist der Punkt, zu sprechen? Okay, bei Bossen klappt das nicht. Ja gut. Dann gibt's eine andere Ozean. So, verdammt cool, Mann. Jetzt seid mir der Böse, aber es ist doch so verdammt cool, was wir hier alles, was wir hier anstellen. Ähm, eigentlich müssen wir jeden aktuell heilen. Ich halte mich aber lieber mal selbst. So, Leute, wir sind hier gerade im ersten größeren Bossfight und es ist alles anders leicht. Ähm, habe ich Items? Ich brauche ihre Garn. So, ein Garnschuss. Ich hätte jetzt gehofft, dass es seine Schwäche ist. Das wäre ziemlich cool gewesen. Muss ich nicht unbedingt heilen, Mann. Oh, Leute, Mann. Nein, okay, nur Garou auf einen. Das ist okay. Wup, wup, wup. Joker. Egal, wir machen das schon, Mann. Agi. Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Ähm, Anne ist zurück in die Festung gekommen und hat hier versucht, ähm, hier uns, äh, zu helfen, ne? Und, ja. Ah, immer noch nicht. Schade. Ich hätte gedacht, wir schaffen das jetzt. Das ist ein bisschen schade, aber nur gut. Ähm. Sona, dir. Ähm, wir wollten hier zumindest, ähm, rauskommen, äh, aus der Festung. Hau rauf. Ähm, wir wollten, äh, was red ich da? Wir wollten hier Kamashida finden, wollten ihn hier bestrafen. Dabei wurde Anne zurückgekommen und ist hier, äh, und hat hier versucht, uns zu helfen. Dabei ist sie jedoch gefangen genommen worden und, äh, glücklicherweise ist ihr in ihr der Kraft der Rebellion erwacht und nun ist sie richtig mit dabei und es ist nun Zeit, richtig loszulegen. Wir kämpfen hier gerade hier gegen einen von Kamashidas Wachen, den König des Potts. Und es ist nun Zeit, diesen alle fertig zu machen. Und Anne ist nun auch mit dabei. Sie hat den Persona Carmen und nun war's das. Did you think there would be a woman who could stand up to King Kamashida? Outside of school, that guy's nothing but a pathetic loser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 I doubt something as dangerous as your group could have been pulled off with orthodox methods. It wouldn't be odd if you had someone that was proficient in deceiving the eyes of others. If you're listening, then answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the lover's persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. Just let me know when you're heading back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Hey, give me your number and chat ID. And, um... I'll be counting on you, then. Same goes for you, Morgana. The pleasure is all mine, Lady Anne. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends, and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Dude. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. Hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. The train will be arriving soon. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Okay. Let's go look at my new residence for this world. Hey. Okay, Leute, ähm, was war denn das hier für ein cooler, äh, Moment, Mann hier. Also, Ants Persona wacht und, eigentlich wollte ich mit dir reden, naja, egal, dann halt nicht. Ähm, und wir haben eine neue Mitschleiterin hier im Kampf gegen Kamashida. Thanks, I see you later. Thanks for coming. Come back again. Punker, girl. No. Ah, that is for the day. Oh, der Customer just now? He's the headdoctor over at the cleaning down the street. Remember, she gives pretty crappy examination and sells some weird homemade medicine on top of that. At least, that's what I've heard. I haven't been there myself. They should really just leave her alone. It's not like she's getting in the way of their lies. Hey. Hey. Are we there yet? Hm? Oh, oh. Ich dachte mir sofort, man, ja, wir sollen jetzt Morgane hier, äh, sollen wir jetzt nehmen hier. Und, ich meine, wir sind hier ein, 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 Strafgefangene und das können wir sagen, okay, ich hab mir eine schöne Katze gefunden. Well, I've gotta go home and start making dinner. Okay, Morgana, ruhig bleiben. What the? What is this place? Is this some kind of abandoned house? Hey, are you... I was wondering why I heard meowing. What did you bring it here for? Nowhere, huh? Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Though, I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. Fine. But keep it quiet when we're open for business. And don't let it roam downstairs, or I'll toss it out. Oh, and I'm not gonna take care of it. That's all on you. Is that the ruler of this place? He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Then again, I suppose to normal people I just sound like a meowing cat. Seriously, I had to keep calling out in that cute little voice. Make sure you wash that dish. By the way, have you decided on a name? Morgana? Huh. I was hoping I'd get to name it. Looks like the chief likes me better than you. And to be honest, this place is heaven compared to Kamoshida's cells. Remember how you guys asked me before about what I am? To be honest, I don't remember anything about my birth. I think the Metaverse's distortions made me lose both my memories and my true form. It has to be. I mean, why else would a cat be able to talk like this? There's no other possible explanation. There's no doubt that the distortions were what caused me to lose my real self. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it, too. That's why I was in the castle in the first place. Come to think of it, I didn't get hungry over in that world. Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. It'll be give and take. Due to my knowledgeable and dexterous nature, I have a lot of intel on infiltration tools. Whoa. I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? I like that answer. Then it's a deal. Skillful infiltrations and escapes to all manner of places. There's even the possibility that you use special tools and had someone who manufactured them. Answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the magician persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. I'll lecture you about the infiltration tools over time. I'll lecture you about the infiltration tools over time. I'll lecture you about the infiltration tools over time. I'll lecture you about the infiltration tools over time. All right. I'm going to stick with you wherever you go from today on. Personas are the strengths born from one's heart. Depending on what kind of life experience you gain, I bet it'll affect that power as well. And if you become acquainted with capable people, you might learn various useful skills too. This is all part of our deal. Got it? I expect great things from you. Don't let me down, okay? Hey! Nun gut, dann haben wir also hier einen neuen Gefährten, der jetzt hier bei uns wohnt. Immer so, wir sind jetzt nicht mal ganz alleine in unserem Chaos hier. Oder Morgana? Hi, Maul, for teaching, how to make infiltration tools, but you really need to clean your room first. Ja, ist doch perfekt eingenommen. This is definitely a storage area. Äh, jeez, it is not easy to relax in this room. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. What a huge cardboard box. Oh, that's your stuff in there. Hey, wunderschön. So, was haben wir noch? Und ein Tisch. You don't even have a TV in your room. This is a really room, huh? I don't even know where to start. The desk looked like it could be pretty useful, but you can just clean it later. For now, let's call it a day and get some sleep. Okay, äh, das Wichtigste, dass wir mit Morgana hier jetzt einen neuen Gefährten haben. Das, äh, es wundert mich, ey, irgendwie, dass hier Sögero so gut gelaunt gegenüber Morgana ist. Ich dachte, der schmeißt die sofort raus. Und der mag ihn lieber als uns. Nun gut, jetzt legen wir uns erstmal hin. Genau. Ein busy day wird morgen, der morgen geht's rein in den Schloss und morgen zu viert werden wir es schon irgendwie schaffen. Hier, Kamishito zu stoppen. I feel a strange rage. I'm pressing on my body. Hilfe! Alter, Morgana wiegt wahrscheinlich 5 Tonnen, oder? Is this the stress of Kamishito's rain raining on me? So in etwa. So in etwa. Oder Morgana wiegt einfach nur auf uns. Eins von den beiden Sachen wird's sein. Hey, diese, selbst die Übergänge zwischen den Tagen sind so schön stylisch. Okay. Samstag, der 16. Ein Tag, wo sich endlich hier Kamishito's bestraft wird. Even if it's crowded, looks, äh, looks like you can still grab a seat, if you're lucky enough. Why we're riding the train? We've got some downtime. I wonder if we could put it to good use. Was sollen wir da machen? Uns ausruhen. Ja, das Problem ist aber, wenn wir uns hinsetzen, dann haben wir größeren Probleme rauszukommen. Mhm, mhm. That's cool. I see. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Hey, we're meeting up in the hideout after school, right? Don't text me now. We're in class. Huh? You mean you're actually listening to all this crap? Yeah, but none of it is really sticking today. I know, right? Anyway, hideout after school? Where's that exactly is this hideout? Ja, wir haben ja unser tolles neues Versteck jetzt, man. Das ist das Dach. Das erinnert mich genau wie an Persona 4, man. Der schlechteste Ort, um sich zu besprechen. Ein öffentlicher Platz in einer Mall. Jetzt haben wir immer ein Dach, wo immer nicht ganz so viel los ist. Naja. Das ist gut. Wait. We can still go up there? Yeah. I'll let you in. We're by waiting. Just come up once goes over. Gotcha. I'm gonna find you if you're late. Okay. 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 Yo, I've been waiting. Now, then. Now, then. Hey! Okay. Let's go. I've got a good idea. Okay, das ist doch mal ein guter Plan. Also anstatt, dass wir heute hier direkt rein stürmen, oh, habt ihr gesehen? Morgana schaut doch mal ganz nett raus, das ist süß. Anstatt, dass wir jetzt hier einfach rein stürmen und ja, vielleicht ein schlimmes Ende finden hier im Dungeon, dafür versuchen wir jetzt erstmal hier uns Hilfe zu suchen, unter anderem Waffen, die hier dann der gute Rigi hoffentlich findet, Sakamoto eben. Und wir suchen jetzt erstmal hier ein paar erste Hälfte Sachen und dafür schauen wir jetzt mal, ob die Doktorin, die beim letzten Mal hier bei uns war, uns so etwas anbieten kann. Jetzt ist noch die Frage, ist das die Klinik? Oh, schon gefunden. Das ist die Klinik, die die Chief hat erwähnt. Jetzt, wie können wir ihnen etwas Medizin geben? Wir machen etwas. Ich denke, dass wir nur eine Chance haben, dass wir nur eine Chance haben. Wir müssen jetzt einfach gehen. All right, wir gehen jetzt rein. Oh. Please head to the exam room. Really? Hm. Was bedeutet das? ... ... ... ... ... ... Really? That's fine, I guess. Okay, welcher? Zwei, drei, nein, eins. Und dann kaufen wir uns hier vier, drei. Sind wir schon pleite, Mann. Traurig. Okay, take care. Okay, Leute, Mann. Also, sie hat uns hier ziemlich nett, die Medizin verkauft. Ziemlich gut lief das. Und der nächste kommt schon wieder der Herr Drogen von der Welt. Eine merkwürdige Drogen. Was ist die Grund für deine Besuchung? Do you have a cold, a stomach atlet food? Whatever it is, you'll need to take a number. Enough of this. Ah! Ah! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis dahin, haut rein auf Wiedersehen. Ciao.